Okay, Leute, wir machen weiter hier bei Jedi Academy. Ähm. Ja, das hat geil angefangen. Ähm. Wir, wie gesagt, machen weiter bei Jedi Academy. Ich lasse den, wie ihr mir das empfohlen habt, einfach außen vor. Auch wenn er Stopp ruft. Weil das muss echt nicht sein. Ich hab keine Lust, wieder eine Folge nach 9 Minuten abzubrechnen, weil ich mich so derbst abfacke. Okay, betritt Ragnos Grab und stelle dich Tavion. Ja, ähm. Ja, ich hab meine Red Bull-Dose falschrum aufgemacht. Aber, kein Problem. Ähm. Was machen die da hinten? Naja, egal. Ähm, mich würde mir interessieren, seid ihr gut reingerutscht ins neue Jahr? Ich müsste mich heilen. Ähm, soweit ich mich entsinnen kann, bin ich es. Ähm. Ja, habt ihr euch Vorsätze gemacht ins neue Jahr? Würde mich alles irgendwie interessieren. So, der hat ihr Schwert weggeschmissen. So, die gerade umhauen. Was? Der war doch tot. Was ist mit der los? Moment, die haben wir gleich weg. Moment. Oh, doch nicht. Oh, hallo. So. Oh, komm, stirb doch einfach. Ja, wo ist das Problem? So, heilen. Ich hab mir die Machtkräfte immer noch nicht umgelegt. Obwohl ihr es mir alle empfohlen habt, aber ich hab da irgendwie... Jedes Mal, wenn ich das machen will, vergesse ich das. Beziehungsweise schlafe ich die Aufnahme schon vorher. Ähm. Was hab ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Jedenfalls hab ich es noch nicht gemacht. Und, ähm. Irgendwann hol ich das auch noch nach, glaub ich. Spätestens, wenn ich mich wieder... Moment, müssen wir da rüber? Ich glaube... Nicht. Stopp, 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 stopp. Oh, geiler Schaden. Okay. Ähm. Kommen wir da hoch? Nö. Gut. Darunter glaube ich nicht, dass wir da müssen. Dass wir da hin müssen, jedenfalls. Das rede ich eigentlich. Keine Ahnung. Ja, das ist mein erster... Äh. Mein erster wirklicher Aufnahme dieses Jahr. Ähm. Bis auf... Ja. Und über diesen Namen lässt sich zerstreiten, aber nein. Irgendwie doch nicht. Und wir haben keine Macht mehr. Äh. Okay, wo müssen wir hin? Hör auf zu lecken. Dankeschön. Wo habt ihr Silvester gefeiert? Oh, Moment. Der feiert keinen Silvester. Wow. Ja, klar. Hihi. Sorry, dass ich dich nur durchlöchert habe. So, jetzt aber. Fast. Moment. Was ihr könnt, kann ich auch. Was, stopp, wieso? Ich kann kein... Ich kann nicht schlagen. Okay, ich kann doch schlagen. Jetzt erst wieder. Eben ging's nicht. Guck mal. Guck mal, wie sie das einfach nur angucken. Ah. Oh, mh. Geil. Echt coole Scheiße. Geil, geil, geil. Ja. Sag du noch, hm. Boah, nee, ey. Ich glaube, ich... ...habe... ...zu wenig Fantasie für dieses Spiel. Ich weiß nicht, was die sich da vorstellen. Auf jeden Fall kommt jetzt hier wieder so ein Spack angesprungen. Irgendwo. Ja, springen wir doch einfach auf den Kopf. Was hältst du davon? Okay, noch sind wir voll. Achtung. Immer noch voll. Ich hab ihn schon wieder getroffen. Warum denn das? Hallo? Ein... ...meine... ...ja, ich seh schon, komm. Wir kommen in den Part kein Stück weiter. Geil. Echt? Ja, könntest du mal bitte schneller laden? Du weißt nicht, wo ich sterbe. Du brauchst nicht alles zu laden. Du brauchst nur bis dahinten zu laden, dann ist es eh vorbei. Oh Gott, ey. Nein, 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 ey. So, ich hab keine Lust auf die. Wir laufen jetzt einfach vorbei. Ähm, irgendwas wollte ich noch gefragt haben, aber ich hab's vergessen. Ja, irgendwie erinnert mich das alles ans alte Ägypten. Auch wenn hier keine Steintafeln sind mit Monstern. Weil alles das, was ich über Ägypten weiß, weiß ich von Yu-Yi-Oh. Und, ähm... Okay. Hm. Nee, Moment. Ja, ja, ja. Oh, ich hab's geschrieben. Hahaha. Juhu. So. Die da hinten, die können wir, glaub ich, in das Loch schmeißen gehen. Mit dem Bürgergriff. Und, äh, ja, mir hat... Ihr habt's mir auch schon geschrieben. Ich benutze wohl viel zu selten den Griff. Ach, den Griff, sag ich, den, äh, Schutz. Der Meister steht hinter mir. So, du musst da runter. Ja, komm. So, mal gucken, wo können wir denn jetzt lang? Hier geht's wahrscheinlich nicht lang, oder? Können wir da drüber springen? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Wir gehen jetzt einfach da lang. Springen. Ähm, in den... Fast tot. So, du kommst mit. Mist. Ey, ist euch mal aufgefallen? Was hast du denn denn genau? Wow. Jetzt. Was? Wo ist er? Überhaupt nicht. Ach, nee. Aber wenigstens hab ich jetzt eine neue Maus. Die mir kurzerhand geliehen wurde. Das heißt, die dürfte jetzt nicht mehr mittendrin abspacken. Wo muss ich denn hin, Mann? Hm. Hier vielleicht? Nee. Da, da hinten ist was. Da müsste ich irgendwie hinkommen. Aber so weit schaffe ich den Sprung, glaube ich, nicht. Schaffe ich den? Hm. Mal probieren. Stopp, stopp, stopp. Ähm. Ich schwebe in der Luft. Okay. Hier kommen wir uns. Ja. Hey, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind richtig. Vielleicht aber auch nicht. Ähm. Jedenfalls sind wir weiter. Und ich habe fast keine Energie mehr. Wo ist es? Fallen. So. Das sieht schon wieder besser aus. Ähm, 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 ähm. Ja, gut. Ich will ein Jedi. Der hat jetzt kein Problem. Der schon eher. Aber. Doch nicht für. Drück, 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 drück. Ich habe meinen Tod schon wieder vorher gesehen. Okay, hier ist der. Moment, hier sind wir nicht gestartet. Hier ist auf jeden Fall. Naja, hier ist ein Flugzeug auf jeden Fall. Und wenn wir Gegner sind, dann waren wir hier noch nicht. Aber hier sind irgendwie die Hälfte der. Da hätten wir ganz viele Gegner. Hä, gibt es hier denn nicht irgendwo einen Eingang? So, du hast den Schutz. Wow. So, du bist weg. Und ich bin hier so feige. Ich bin einfach jede paar Sekunden am Spice an. Genau. So, mal gucken, ob es... Da geht es irgendwie nirgendwo lang. Sag mal, klar kann ich da nicht durch. Geiles Mapping. Hm. Ja, was muss ich denn machen? Ich weite jetzt, bis da einer tot ist. Aber ich helfe nach. So. Und bei dir helfe ich auch noch gerade nach. Was? So. Alles klar, Mann. Alles klar. Okay. Das sieht gut aus. Aber wir müssen nicht da runter. Das sieht mir zu gefährlich aus. Ähm. Hm. Ähm. Habe ich... Habe ich nicht vor... Na Sekunde gesagt, wir müssen da nicht runter. Hm. Schön. Alles schön. Alles klar. So. Was haben wir denn hier? Ein Patronengurt. Hier so den Thermaldetonator-Gürtel. So, hier ist irgendwie auch nichts. Der hat gar keinen Bock, sein Lichtwert rauszuholen. Der hält sich für so... Immer. Dass er meint, ich brauche das gar nicht. Der scheinbar auch nicht. Was ist mit dir los? Hm. Da oben könnte es sein... Waren wir da schon? Ne, ne? Sieht so weit oben aus. Das könnte... Wow. Das könnte was sein. Ja. Oder sind wir... Ne, hier waren wir noch nicht. Ja. Neue Informationsziele. Verhindern Sie, dass Tavion Marker Ragnus aufher stehen lässt. Klingt fair. Die Uhr gucken. Gut. Jetzt wirst du, dass ich die Uhr nicht lesen kann. Was? Was? Äh, komm, von hinten ist Pfeil. Pfeil. Das ist noch einer, ne? Ja, ja. Klar. So. Moment. So, du... Komm, na, komm. Ja, hol dein Schwert. Ja. Wow. Ähm, heilen. Heilen, heilen, heilen. Laufen, laufen, laufen. Oh, oh. Naja, die sind kein Problem. Da gehen wir hin. Wow. Ja, hallo, du stehst. Ziehst du ihn vielleicht mal hoch? Ah, ich liebe diesen Würgegriff. Ich liebe diesen... Da ist zu. Doch nicht. Okay. Kontroll. Sie erweckt gerade Marker Ragnus zum Leben. Tavion, gib mir das Zepter. Ah, Kiles guter Schüler. Oder etwa nicht? Ich spüre die dunkle Seite in dir. Willst du Zeuge der Auferstehung werden? Nein. Ich will dich töten, da mein alter Meister das versäumt hat. Wenn Ragnus aufersteht, wird er die Jedi auslöschen. Und wir können ihm als Herrscher der Galaxis dienen. Ich diene niemandem mehr. Ich will das Zepter und seine Macht für mich. Gib es mir. Ja. Sein Stammpunkt steht fest. Dummer Schüler. Dein Tod wird mir eine Freude sein. Okay, Leute. An der Stelle mach ich aber... Wow. Ganz kurzen Schnitt. Das können wir alles beim nächsten Mal weitermachen. Moment, ich war ich ja noch schnell. Und, äh, ja. Ne? Ich setze mal, das wird der finale Kampf sein. Von daher sage ich bis morgen. Tschüssi. 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 Tschüssi.